Armes Johnny Ja Armes Armes Telefon Armes Armes Telefon Pookie, machen sie mal ready, bitte, danke Yay Dann nehmt deine Taschenlampe mit, dein Ernst Jetzt Oh mein Fucking Gott Wie gesagt immer wieder gerne, ja Sehr gerne sogar, Kenzie Pookie Ihr seid beide gerne Eingeladen, gerne wieder öfter mit mir zu spielen Ach ich nicht Du bist sowieso grad dabei Also von daher hab ich dich jetzt mal von vornherein Ja, nicht ausgeschlossen Sondern dazugezählt Das ist aber auch heute echt weinerlich mein Mod Also lecko mio Was ist denn auf mich? Ich will nur Aufmerksamkeit von meinem Lieblings-Stream Wow Wow Was, welchen Streamer Gute Frage Ist ihr nicht hier im Livestream? Nee, 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 nee Ja, aber auf jeden Fall echt geil War echt geil, auf jeden Fall Und die zwölfeinhalb Stunden hatten wir ja dann auch gepackt War ja alles super Heuleise, George schreibt kein Sieg, so sieht's aus Hatste geschrieben Kein Kommentar Hä, was, was, ich war grad am Trinken Ist klar Faulige Felder Und jetzt am besten Trappy Finde ich unfair, dass meine Brille nicht angenommen wurde Finde ich gut Egal, ich hab noch 10 davon GG und so Äh Totem und so Danke Äh Wir haben einen Meyers Oh, ernsthaft Ernsthaft Ja, der hat mich doch schon verloren Das war alles gut Achso Ja, jetzt hat er mich gefunden Wo bist du? Wo bist du? John kommt grad auf mich zu, mit dem Killer Nee Nein, andersherum Hier, ich hab keinen Killer bei mir, heil mich Los Diese Aufforderung hier, ey Heil mich Der Killer ist beim Scheißhaus Okay Ja, beim Ausgang Klar Abtrinken So sieht's aus, kennt sie Das hab ich mir grad auch gedacht Ah, ich kann dann deinen Pop rocken Ich frag mich, warum der Meyers die Palette nicht gemacht hat Touch me baby und WB Psyche Wie war die Kippe? Ich hoffe, befriedend Nur du kannst befriedigend sein Nur du kannst befriedigend sein Hat er nicht gesagt Hehehe Äh, er ist wieder im Maisfeld Ja, ich denk mal, er kommt jetzt zum Jan Geht jetzt zum angemachten Jan Dacht ich mir Oder auch nicht, er stockt grad jemanden Okay Ist ein Bill Also am Schweinebaum ist er Naja, dann stockt er den random Ah ja, ich sehs grade Ah ja, ich sehs grade Ja, macht hinter mir grad irgendwie Irgendjemand macht hinter mir grad eine Kiste auch Was? NIEMALS Außer ich play with me Was? Ich hab ne Taschenlampe Ich auch Jetzt NIEMALS Mist NIEMALS NIEMALS Ich glaub der wird aber nicht so angepiszt sein Wir haben die Macht und EWI Danke für die 20 Bits EWI Hallo EWI Hallo EWI Trini Kappa 1 Cheer 1 Kappa Cheer 1 Kappa 1 Kappa Cheer 1 Kappa Cheer Alter, Falder, Alda, Falder 10 Irgendwie sowas Danke für die 20 Bits Oh, das wird jetzt Oh wei Ich geh ja schon Ist okay Chill Ich geh ja schon Maut mich nicht an Ich bin sensibel, Mann Verdammt Der ist schon unten im Keller wie alle drei jetzt hier ums scheißhaus rum sitzen ist darauf gekommen ich glaube nicht ok der linken sei draus ich gehe mal zu er kommt ok er kommt er kommt äh hi nein gib mir äh hast du kein borrow time nein das könntest du auch sagen ha 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 du weißt dass ich kein borrow time hab ist nicht euer warum siehst du nicht aus oh Gott das ist nicht euer Ernst jetzt oder? oh man wow John hat alles verkackt ach du heiliges Kanono erstmal die Taschenlampe weg da kommt er hat er nicht gemacht also wenn du mich abhängst ich hab noch borrow time mhm äh wie das Telefon mal wieder alles verkackt hat so das ist schon mal gut er hat schon mal keinen drei mehr ja zack hier unten tschüss Bill nicht mich nicht mich auf tschuldigung meh hh hh hrrh hach hih ich wusste jetzt nicht wer von euch wer ist und ich hab den Kinder am Arsch also von daher was soll ich machen ihr hättet mir dann sagen müssen ich bin hinten und ich bin nicht hinten wäre eine möglichkeit gewesen ich glaube auch ist er bei dir ich habe kein herzschlag aber das heißt ja bei meyer ist nicht er hat keinen raus halte ich und raus er kommt zurück und er steigt halt durchs fenster sein ärzt aber er schlägt einmal daneben zumindest oh mein gott wie baby im sorry sorry kappa 1 kappa 2 4 4 12 kappa 12 läuft bei dir er guckt gerade um mich rum also halt euch erstmal ach ihr seid ja schon geheilt guten morgen er guckt gerade im schrank läuft hinter mir her stalkt geht seitlich macht moonwalk alter was der mich hier gerade da gewöhnt ja bei mir war irgendwie ziemlich aggressiv in der richtung und irgendeiner füttert ihn gerade er geht von mir nicht weg er geht von mir nicht weg macht jens aber ich habe komischerweise auch wirklich null heartbeat bei den 0 und er ist nicht weit weg jetzt geht er weg von mir in meine richtung ne 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 also ne ne er geht es er ist quasi genau gegenüber von mir in der anderen ecke und jetzt kommt er wieder Ach, seriously? Jupp. Achtung, er kommt zu euch, er kommt zu euch, er kommt zu euch! Yay! Ja, Kucki, jetzt kann ich dich retten. Ja, aber auch. Herrlich. Wieder so ein Fail, wie gerade eben im Keller. Ja, und da kommt er auch schon, er ist schon auf dem Weg zu uns. Nee, er ist gerade auf jeden Fall kurz in unsere Richtung, wo bist du, da bist du. Guten Tag, danke. Guten Abend. Das kann durchaus sein. Kann sein, dass ich zweimal wieder ein bisschen lauter stellen muss, Greg. Wenn du der Einzige bist, der das Problem hat, obwohl ich dich schon wirklich auf... Ich stelle ihn mal noch allgemein ein bisschen höher. So. Er guckt halt wieder in den Schrank, ne? Läuft bei ihm. Jetzt ist er wieder im Scheißhaus. Geht ums Scheißhaus rum. Und er hat mich gesehen. Und er geht auch mir hinterher. Sehr schön. Schnucki. Gib mir deine geilen Punkte. Ich glaube, ich lasse mich kurz, bevor du ankommst, da renk. Ich würde so lachen. Ich glaube, er kommt zurück. Ja, komm. Erstmal raus hier weg. Ja, der kommt da. Er hat sich bei mir schon ein bisschen hochgestalkt, anscheinend. Ja, ja, und jetzt ist er hinter mir, ja. Ihr hört 3D, Fragezeichen. Ich hoffe doch, dass ihr mich, dass man mich hört. Wäre schlecht, wenn nicht. Geh weg. Oh, Lautstärke war aus. Ja, läuft bei der Eevee. Wow. Fuck. Ich habe gerade gefehlt. Vielleicht kommt er. Er hat dich verloren. Er hat dich verloren. Das ist gut. Er ist jetzt oben beim Trecker gewesen. Und kommt jetzt zu mir. Hat gerade gegen meinen Jen getreten. Und geht wieder Richtung Scheißhaus. Geht in Richtung... Ja, zu dem Jen, der da ist, geht der jetzt gerade beim Scheißhaus. Da ist er, ich sehe ihn. Er kommt zu mir. Die Frage, ob er mich gesehen hat. Nee, aber nicht. Und da ist er, okay. Mist. Da ist er schon wieder. Er guckt aber bei meinem Jen rum. Wo ich bin. Tritt den Jen jetzt. Ich frage mich gerade, wieso ich null Hardbeat bei dem habe. Wirklich null. Ich glaube ein bisschen seine Musik, aber auch nur, wenn er ganz da ist. Monitoring Abuse, okay. Aber das ist wirklich schon ein bisschen heftig. Ja, ist er. Und jetzt hat er mich gesehen. Und ich bin tot, 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 tot. Oh wow. Oh fuck. Ich bin tot, geht weg. Ich bin tot, geht weg. Sag mir dann dich in den Keller abbringen. Ich bin gleich. Lass das nicht bleiben. Nee, er lässt ihn liegen, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Nee, jetzt lebt er mich auf. Ich bin tot, mach ich euch da, okay. H offend, ich bin tot. Vielen Dank.